So und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar diesmal mit Estroneer. Nachdem ich mit Ghost Recon White Lines abgeschlossen habe und davon kein Video mehr machen werde, sei denn ich gewinne es, warum auch immer, werde ich mich jetzt wieder intensiver Estroneer widmen und vielleicht kommt ja noch das eine oder andere Spiel dazu. Wie in der letzten Folge, ich habe auch nicht weiter gespielt, wie sie möchte ich das, das wird im Prinzip meine YouTube World. Ja, da ist der Astronaut und ich werde mich wieder ausblenden und erkunden nochmal den neuen Planeten. So, also Info, ich bin das letzte Mal nicht wirklich weiter gekommen, ich habe zumindest mal ein paar Sachen weitergebaut. Und, ähm, ja, aber hier diese Station da, oder nicht Station, diese Verbinder, die sind ja wichtig. So, also worauf man hier achten muss, ist einfach, dass man diese Verbinder so weit wie möglich voneinander entfernt baut, damit man eben nicht so viele Verbinder benötigt und diese dementsprechend... Genau, dass man eben nicht so viele Verbinder benötigt und... Und das cool ist, es wird auch direkt... Wenn man diesen Binder ein bisschen... Hier, das ist, ähm... Man sieht hier oben diesen blauen Balken, den habe ich jetzt, zum Beispiel, der blaue Balken, also oberhalb des Rucksacks, beziehungsweise unter dem Helm... So, ja, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Der ist dazu da, oder das ist mein Sauerstoff, wenn ich diese Verbinder nicht habe und soweit weg bin, geht der Sauerstoff weg, oder verbraue ich Sauerstoff, ähm, bis ich eben erspicke. Und diese blauen Sachen, die man hier im Boden sieht, die sind dazu da, um eben diese blauen Sachen... Um den Sauerstoff wieder auf... So, und jetzt... will ich mir... Oh, oh, oh... Will ich mir mal hier ein kleines Treppchen zu finden... Wollen wir mal, ob das funktioniert... So, ja... Man sieht, die Energie... Ist schon relativ... Ach... Ähm... Aber die geht sich langsam auf... Im Gegensatz zum Sauerstoff... Kann mir zumindest... Jetzt hole ich mir... hier Energie... Jetzt hole ich mir hier Energie... Man hat jetzt direkt gesehen, wie schnell sich mein Energiebalken aufgeliebt. Dann... Widersteuerung... Widersteuerung... Ist nun... Ganz so... Äh... Hätte, oder bräuchte... Ja, bräuchte... Jetzt... So... So... Wunderbar, also, das sieht doch gut aus, dann habe ich hier mein Weg, ich glaube, jeder muss ich bei uns, äh, felsen, ähm, und gerade wenn man eben Fahrzeuge hat, Fahrzeuge, ist man dann eben nicht. Ah, und da hat hier, da sieht man auch direkt schon mal die Grenzen, hier dann immer durchbuddeln, oh, ah, ich bin gestorben, verdammt, explodiert, aha, okay, so, dann habt ihr das schon mal gesehen, wie man stirbt, ähm, ja, wenn ihr, äh, Ghost Dragon gesehen habt, oder auch andere Videos, oder, äh, mir folgt, und die nächsten Videos sehen werdet, dann werdet ihr feststellen, dass ich nicht gerade ein Überlebenskünstler in solchen Spielen bin, oder allgemein in Spielen, ich sterbe gern, es macht Spaß, äh, ich würde weniger oft sterben, aber, ja, so ist das, weil es am Spiel, also möchte ich ein Leben, naja, so, und das Gute ist, jetzt kann ich mich hier wieder bedienen, an meinem anderen Charakter, so, nein, 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 so, im Prinzip mit dem rechten Stick, äh, pull ich mir das, oder ziehe mir das aus dem Rucksack, und mit X, schiebe ich mir das in meine Rochse. Jetzt. So, und was ihr jetzt auch direkt sehen könnt, auch nicht. Ihr seht hier unbekannt, Forschung. Also, gehen wir her. So, jetzt muss ich hier größeres Loch buddeln. Jetzt sind sie locker. So, mein Sauerstoff. Die Pflanze freuen, die es eben explodiert. Hat sie so noch nicht. Aber macht ja nicht. Versuch, macht klug. Und das ist das coole, jetzt nehme ich das mit. Und muss es im Prinzip hoch. So cool ist das nicht. Es ist relativ zeitaufwendig. Und, ähm, ja. eine bisschen langwierigere Geschichte. Deshalb kommen ja dann später auch die Fahrzeuge zum Einsatz. Richtig. Boah. Ähm, 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 und, ja, genau. Die Fahrzeuge. Da kann man es lagern. Also, ich weiß nicht. Hier von diesen unbekannten Sachen, ähm, auf einen Schlag forschen, erforschen. Oder auch, ähm, was noch? Ah, und man ist schneller unterwegs. Weil man hat es ja eben gesehen. Ich werde relativ langsam. Hier haben wir einen Treibstoff. Den habe ich bisher noch nicht so richtig abgebaut. Ähm, der ist dazu da, um, zum Beispiel, wenn man sich eine neue Kapsel baut, möglichst, um dann einen neuen Planeten zu erforschen. Geht man her, baut sich so eine Kapsel und braucht dann eben dementsprechend Sauerstoff. Oh. Wow. Okay. Äh, ja. Okay, andere Richtung. So. So, und dann gucken, wie gehen wir laufen. Gehen wir doch mal ein Jahr lang. Jetzt. Ah, ne, ne. Äh, nach hinten gehen wir jetzt. So, dann schauen wir uns. Also, man sieht hier nicht. Relativ dunkel hier. Oh. Ah, wie dir? Und das ist das Coole. Man läuft hier durch die Gegend. Findet dann solche Gegenstände. Muss die sammeln, erforschen. Und je nachdem, wie viel Glück man hat, Gegenstände man eben erforscht, gibt es, äh, die unterschiedlichsten Fahrzeuge. Also, das ist einfach dann noch die Spur. So. Bekannt. Darf ich noch eins weiter? Äh, ich gehe mal davon aus, dass ich es in dieser Folge nicht schaffen werde, die Forschungssachen zu forschen. Wow, 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 wow. Können wir mal gucken, was passiert? Also, das sind wieder die blöden Dinger von Eben. Durch. Ah, okay. Das ist natürlich ein bisschen buggy. Aber dennoch, ich möchte die gut machen. So. Okay. Das sind die, ah, das ist auch eine. Das sind die Sachen, von denen ich im ersten Video erzählt habe. Dass die, äh, im Prinzip, ähm, dass es Pflanzen gibt, die einen töten können. Und ja, jetzt finde ich es nicht so geil. Aber, man sieht, die Kameraführung ist auch nicht die beste. Also, auf dem PC ist es natürlich, anders. Wahrscheinlich weniger nervig, weil man einfach schnell das scrollen kann. Hier. Das. Es ist eine Pre-Alpha, von daher, zeige ich dem Spiel solche Sachen. Und nur dann. Ja, genau. Mal. Musik ist auch cool. Die hat zumindest was. Und mir gefällt es auch, dass ich die Videos posten kann, ohne von YouTube immer ein Copyright verstoß. Beziehungsweise ist es kein Copyright verstoß. Eher ein Hinweis. Das ist ganz. Ja, also, das ist doch. Kupfer-Herz. Das ist auch ganz praktisch. Also, es ist auch. Auch wieder. Neurostoff. Aus dem ich dann die unterschiedlichen Nachrichten kann. Mal gucken. Ital. Äh, was heißt? Kupfer. Oh. Cool. Kann ich einen Generator erstellen. Das ist ganz cool, um NRW eben zu verweichern. Oh, nur zu generieren. Mischleuchtfeuer. Weil ich dann nicht ganz verstanden. Ach doch, das Leuchtfeuer. Ah, stimmt. Leuchtfeuer. Was ist das? Äh, Leuchtfeuer ist dazu da, um eben, ähm, man hat ja im letzten Video oder auch jetzt wahrscheinlich gesehen. Boah. So, ich bin was auch schon. Ähm, man hat ja im letzten Video oder aus, na jetzt vorhin, glaube ich, gesehen. zu Symbol auf der nicht auf der Maps, sondern man sieht einfach paar Symbole. Dieses Symbole sind im Prinzip kann ich mit einem Leuchtfeuer zeigen, also das ist mehr so eine Art Reminder. aber das ist ja noch ein bisschen. Ah, ne, ja. Gut. Entschuldigung. Ja, ich habe das Gefühl, Ich kann den Haken. Nein. Oh. Woh. Netsch. Wir können. Oh. Okay. Und... ... und... ... und... Dieses Leuchtfeuer ist eben dazu dann so eine Art Markierung zu gestalten, wie man es von Scroll of Duty und so weiter kennt man eben dann die unterschiedlichsten Leute kennenlernen, die Wortmitglieder und so weiter, weil ich hier einfach mal ein Loch habe, durch. Da, wir machen, komm, holen wir mal, mit so viel Energie, Energie muss einfach weg. Ach, und der Generator ist dazu da, äh, glaube ich, ich kann da die Energie rein speichern und spreche, ich hab den Generator und baue dann so eine Energiekapsel auf diesen Generator und das Ding ist dann hier auch schon. Da fahren wir da vorne, Aluminium, hier Wind, Wind fahren, auch cool, so ein Energie erstellen, über Wind eben, wenn es mal keine Sonne hat, wenn es keine Sonne gibt, das ganz nette. Ah, was das? Inizium, Batterien zu erstellen, ah, da, 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 da. Bauen wir uns doch mal Kupfer ab. Also, Kupfer. Na, hier. Also, ein bisschen, ja. So. 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 Now. So. 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 Das funktioniert jetzt gar nicht so. Ich brauche zuerst mal ein Gebäude, das nennt sich Schmelze. Diese Schmelze, da kann ich dann dieses Kupfererz, Aluminiumerz, kann ich dann einschmelzen vom Kuffer zum Aluminium. Was hatten wir denn da? Dann noch ein paar andere Sachen. So, also, ich bin schon. Viel zu finden, viel zu empfehlen. So, dann. Ach, Leute. Da jetzt nicht. Nicht das Video, sondern... Äh, dieses unbekannte Gerät-Item. Noch die anderen zwei. Wollen wir doch wieder. Und das Coole an Astroneer ist, boah, das Coole an Astroneer ist, keine, keine Welt, gleich der anderen. Das ist wirklich, wirklich nicht schön. Ähm, gerade weil, wenn man dann ein neues Level anfängt, könnte man auf einem neuen Planeten. Fängt der Kollege auf einem anderen Planeten an, auf einem anderen Planeten. Und das ist dann doch relativ cool. So, dann laufen wir. Boah. Und in diesen Kügelchen oder in diesen unbekannten Klingern da, können Gebäude sein. Und durch, also, man findet da jetzt keinen wirklichen Gegenstand. Manchmal auch Rohstoffe. Ähm, aber jetzt natürlich kein Gebäude, sondern es wird eher so ein Bauplan. Wie den Bauplan nicht, er gilt nicht als Bauplan. Das heißt einfach nur, die haben jetzt, weiß ich nicht, Welt zu erforschen. Die haben jetzt Y-R. Und ganz wichtig, das ist wirklich das A und O an dem Spiel. Um Gebäude zu bauen, benötigt man Harz. Harz bekommt man, oder habe ich jetzt bisher, nicht oft, in der Oberfläche, äh, gesehen. Oh, dann noch weiter. Ähm, ja, und Harz ist im Prinzip, äh, ja, oh. Ich weiß gar nicht, ob es Harz gibt. Aber auf jeden Fall bisher, ähm, oder sehr oft. Ähm, und es gibt auch noch so Sammel, Sammel, was ich nenne, im Prinzip so, so Art Felsen, die dann einen Rohstoff, ähm, integriert haben. Oder, was heißt integriert? Es ist im Prinzip einfach nur, äh, so ein Stein, aus dem dann der Rohstoff wächst. Bei Sauerstoff, Energie, ähm, ja, machen wir das. So, oh, oh. Oh, hm? So, läuft doch. Wer denn? Na, das ist schlecht. Oh, nee, da gibt's gar nichts. Es ist jetzt nicht was gemacht. Im Prinzip hat man auch die Möglichkeit zu gehen hier. Börser, den leften, den leften Trigger, ja, leften Trigger, leften Trigger, den linken Trigger nutzt, die Möglichkeit. Woa, okay, es ist ein bisschen glatt, man. Denne ich. Also das ist die lästigste Arbeit hier, also solche Sachen sammeln, das finde ich gut Gehört dazu, was soll man machen? Möchte man was aufbauen, braucht man Rohstoffe, um die Rohstoffe zu bekommen, muss man Zeit nehmen Hier ist es im Prinzip, genau so Dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen hier auf dieser hier sehen wir jetzt die ganzen Unbekannten Items, die ich jetzt gleich in die Forschungsanlage packen werde, aber der Weg dahin in die Forschungsanlage das dauert, damit möchte ich mich jetzt natürlich nicht wählen Das werde ich jetzt machen und dann die Folge beenden und bei der nächsten Folge werde ich die ganzen Items erforschen und dann hoffentlich auch neue Gebäude bauen Wir werden sehen, vielleicht sieht man auch in irgendeiner Folge, ich hoffe in der nächsten, jetzt ging es ja nicht, auch ein Sandsturm Von daher, ja Also ich wünsche euch was und bis demnächst Ich schätze mal, dann bis morgen Bis dann, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao